Und dieser Pod ist auch ein dummes Arschloch. Jaja, ist mir egal, was das für einen da ist. In der Anfangsliste kommt man eh nicht zurecht. Dem haben wir es aber gezeigt, du. Was? Ich habe schon wieder keine Munition. Och, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe hier nie Munition in diesem Scheißspiel. Wer hat das programmiert? Jungs, ihr müsst euch jetzt auch mal testen, was ihr programmiert. Und nicht einfach alles auf den Markt werfen. Das ist ja genauso scheiße wie heutzutage. Wenn ihr euch nicht gegenseitig abknallt. Das ist ja viel lustiger. Das wäre auch nicht so schwer für euch zu gewinnen. Dann könntet ihr überhaupt mal gewinnen. Und tu, ne? Tu, ne? Weil ich kann du nämlich nicht aussprechen. Halt die Fresse. Es ist tot. Was bist du denn? Was bist du von mir? Ich kenne dich zwar nicht, aber ich mag dich nicht. Kann ich noch ein paar Raketen haben, bitte. Ein paar Atomraketen, bitte. Was seid ihr? Ich habe keine Panzerung. Ich habe auch kein Schild. Ich habe hier Schrott. Vom feinsten. Nein, ich habe Schrott. Ich habe einen lustig bunt aussehenden... Ja, ist mir tot. Schnauze. Ich habe Scheiße. Kann ich bitte irgendwas vernünftiges kriegen? Damit treffe ich so wenigstens gelegentlich. So, was ist das denn, Titan? Nein. Davon hätte ich jetzt gern 200, 300 Stück. Nein, ich hätte gern so 10.000 von den Dingern abschießen. Wie, wie... Dingsbums, ne? Äh, M-R-F-F-R-L oder so. Mein fahles Real-Life oder so. Keine Ahnung. Hey, guck mal. War ich da vorhin nicht oben? Habe ich... Was? Moment. War ich da vorhin oben? Erzähl mir nichts. Lebst du noch? Was war denn das für ein Fraktar? Ach so, ich habe da hinten das Ding platt. Ach so, ich habe das geschossen. Ganz toll. Stirbt. Ja, schon wieder. So habe ich das überhaupt. Das Einzige, was das Ding macht, ist, sich in Luft auflösen. So wie ich, wenn es ins Arbeiten geht. So muss ich jetzt nochmal hinterglotzen. Halt echt. Wenn es alles Titans wären, wäre das viel lustiger. Gibt es ja nicht irgendeine... Alles rausgeblasenes Ding lebt. Immer noch. Erledige es. Ich hoffe, ich komme nicht irgendwann noch ein Boss in der Runde. Ich habe schon ein Fünftel aller Gegner getötet. Hey. Stirbt. Nein. Das ist das Einzige, was das Schild macht. Den ganzen Tag. Schmutzschild, ja. Schmierig Schmutz auf mich. Und das nenne ich dann Schild. Operation Menschen, hier Schild läuft an. Hey, haben Sie schon mal von der Sklau-Frau gehört? Ich höre keinen Hip-Hop. Ich höre hier schon irgendwas fahren. Ach ne, das ist bloß ein Gegner. Ich habe mir schon Sorge gemacht. Stirb. Besten Dank. Naja, ich hole mir dann nachher die Munition. Halt die Fresse. Gib mir doch ein paar Waffen. Ich meine, es ist richtige Waffen. Ich bin ein Spielzeug gedöhnt, dass ich mir da in die Hand drücken kann. Bloß, weil Spielzeugwaffen draufsteht, müssen das nicht jetzt echte Waffen sein. Yeah. Voll weg im Märes-Kack-Trix-Ding hier. War hier nicht nochmal Munition gelegen? Nein, scheiße. Ah! Das ist von den Toten auferstanden. Halt die Fresse. Wo habe ich diesen nervigen Computer überhaupt dabei? Der bringt mir gar nichts. Werben. Danke. Speichern. Schon ein Viertel. Toll. Kann ich so die Luft jagen? Klingt nichts. Denkt man sich, spare ich wegen Munition, lade ich halt, ne? Und dann crasht's. Oh, guck mal, ein Gegner. Guckt mal, Rakete. Kennen Sie schon den? Kommt der Rakete an dein Gesicht geflogen? Bist du tot? Der war gut, ne? Ja, ich wusste, dass euch den scheiß gefällt. Ach nö, wir sind ja jetzt schon da was gespawnt hinter mir. Es war ja hinter mir, was gespawnt. Stimmt. Ich flieg mal in die andere Richtung. Da geht's ja auch noch runter. Ich habe eine Ferngestelle hier. Eine Ferngestelle, eine Sicherheitszielle. Schuttschild. Ja, Laser. Schuttschild. Munition. Ich habe irgendwas kaputt geschossen. Das wollte ich doch gar nicht. Ich habe doch noch Schuttschild. Ich hatte sich die Tür geöffnet. Das wollte ich auch nicht, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich das wollte. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas glauben will. Oh, ich habe ja Nitro. Können wir jetzt mal beschleunigen. Rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter. Das ist ja wie beim rauf und runter springen. Es gibt hier zu viel, dem ich gerade ausweichen muss. Ich sammle das für die Munition auf. Ah, jetzt. Scheiß Ecken. Ich war schon immer gegen Ecken. Rund muss es sein. Ach, leck mich. Komm schon, leck mich. Ach, ja, wo auch immer. Der Schuss jetzt noch herkam. Welchen Winkel prallen die ab? Das ist doch nicht mehr normal. Die prallen in dem Winkel ab, dass sie in meinem Gesicht fliegen. Ja, und so immer. Das nervt. Kannst mal aufhören abzustürzen ständig. Nein, das war der Falsche. Oh, da kommen noch mehr Gegner. Das ist ja wunderbar. Ich hätte ja schon Angst gehabt, ich müsste mich einsam fühlen. Halt die Fresse. Naja, komm, ich fliege woanders lang. Geht ja gar nicht. Also doch hinten rein. Ich könnte jetzt einen dummen Witzen machen, mich hinten rein. Was? Die ging doch vorhin noch auf. Könnt ihr mich verarschen? Oder war es die, die aufging? Die geht gar nicht auf. Hä? Hä? Hey, ratet mal, was passiert ist. Es ist abgestürzt. Yeah. Toll, wie töte ich das Vieh da drin jetzt? Ach ja. Hopplad. Na also. Was haben wir da noch? Schrott. So. Gegner. Hab ich natürlich sofort gesehen. Auch als ich ihn noch nicht gesehen habe. Schick sie hinter mir. Ja, ihr habt schon recht. Ah, irgendwo bleib mir mal hängen. Ah, jetzt spawnt er noch nicht. Ah, spawn halt. Spawnt oben. Ah, fuck, Treppe. Er starb, weil er an einer Treppe hängen blieb. Das lasse ich auf einen Grabstein schreiben. Wenn ich mich gegen das Einäschern entscheiden sollte. Ja, bitte mal. Danke. Ah. Ey, zwei Mülleimer. Toll. Schauen wir doch mal rein. Das ist wie in der Realität. Manchmal finden wir bei uns im Militärm Schildenergie oder Munition oder leck mich am Arsch. Oder ein Spiel, das nicht beim Laden abstürzt. Stolzgerüchteweise ja auch geben. So, Moment. Ich muss hier kurz was richten. So. Jetzt besser. Brauche ich dringend. Mann, der geht auch alle sterben. Ich habe euch gar nichts getan, ja? Ich komme hier einfach nur zum Urlaub machen hier und ihr... Also, so werdet ihr nie in den Tourismusmarkt erobern können oder einsteigen können. Stiftet's mal. Ach, ja. Fick dich. Fick dich. Deine Mutter. Ach, komm. Ich hasse es. Das ist die Nervbilderzeit. Echt. Ach, habe ich ja schon geladen. Ach, egal. Ach, ja. Ach, ja. Immer schon, ein Stück. Ben. Merkt man, dass ich genervt bin? Ich hoffe, ja. Bist du jetzt tot? Danke. Das gibt es doch nicht. Kommt der denn jetzt schon noch her? Halt es bis her, die Gegner noch nicht reichen. Nee, da muss es noch einer mehr sein. Hallo? 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 Ich schieße auf den. Verschwebt meine Munition. Pfff. Einfach durchgeschossen. Ich habe nicht so viel Zeit, Mann. Jetzt kann er auf einmal schießen. Ganz leider hat er das auch nicht gemacht. Nein, sterb dir nicht einfach. Sterben. Danke. Mann. Hier sind doch so ewig viele. Der lässt nicht mal was. Soll ich mit dem Gold bannen. Du mich auch. Bomben. Was ist Bomben? Keine Ahnung. Verhält mir irgendwas drin? Nein. Ich fände doch mal eine gute Munition mit. Ach, diese Entschüsse können auch durchfliegen. Hey, es ist abgestürzt. Wuhu. Ich freue mich. Komm schon, sterb doch einfach mal. Nicht ausweichbar. Ich... Ach. Was auch immer. So. So. Schuttschild. Was soll ich jetzt damit? Ich habe mir lieber, wenn ich hier durchkomme. Ich vermute mal durchfliegen nicht. Ich vermute mal durchfliegen nicht. Wohl nicht. Kill it yourself.